Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz schnell einen WordPress-Server aufsetzen mit Docker. Wer nicht weiß, was Docker ist, bitte nochmal ganz kurz in meine ersten paar Videos reingucken. Ihr müsst Docker im Endeffekt nur auf eurem V-Server installieren und schon könnt ihr alles machen, was ich hier auch mache. Klar, ihr braucht auch Docker Compose, das ist ganz, ganz wichtig, denn für WordPress brauchen wir wieder mehr als ein einziges Image. Und wir schauen uns einfach mal diese Docker Compose an. Ich habe die schon mal vorbereitet, damit sie direkt für euch schon zur Verfügung steht und ich einfach nur noch drüber lesen muss. Wir haben hier quasi WordPress-Version, da können wir die Version angeben und können dann hier angeben, was wir alles brauchen. Das ist jetzt eure erste Docker Compose, die wir richtig durchlesen werden. Wir werden aber natürlich noch mehr ins Detail gehen, wenn wir dann auch wirklich dabei sind. Okay, eigentlich ist es relativ simpel. Ihr gebt an, was das erste ist, also die Datenbank. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt, das ist im Endeffekt nur ein Name. Hier könnt ihr sagen, von welchem Image das Ganze abstammt und das ist in unserem Fall eine MySQL-Datenbank Version 5.7. Dann könnt ihr sagen, wo ihr das ganze Ding einbinden wollt und zwar unter varlib.mySQL und welchen Port ihr freigeben wollt. 3306 ist der Standardport für MySQL, den würde ich einfach so lassen. So, dann könnt ihr hier die Restart-Option angeben. Das erinnert euch vielleicht an das Docker Run. Da könntet ihr nämlich auch Restart angeben. Wir können hier statt Restart Always auch andere Dinge eingeben, wie zum Beispiel Failed oder On Failure besser gesagt oder eben wenn es nicht gestoppt wurde, also Unless Stopped, können wir hier auch angeben. Die Option kennt ihr bereits. Und dann die vier Environment-Variablen, die wir hier angeben müssen. Nämlich einmal das MySQL-Root-Passwort, das müsst ihr euch merken. Und dann, beziehungsweise müsst ihr euch eigentlich nicht mal merken. Dann den MySQL-Datenbank-Namen, WordPress. Der MySQL-Datenbank-Benutzer, auch WordPress. Und das MySQL-Passwort, auch WordPress. Ich würde euch empfehlen, die Passwörter vielleicht zu ändern. Das würde Sinn machen. So, dann müsst ihr den WordPress-Container, also quasi den Container, der dann auch wirklich PHP verfügbar hat für euch, müsst ihr dann schlaufen lassen. Und dazu nehmen wir wieder mal, also wir nennen den Container WordPress. Und wir müssen ihn neu pullen, indem wir einfach den neuesten, also den latest WordPress-Container nehmen. WordPress gibt es so tatsächlich schon online. Allerdings, wie gesagt, das kommt ohne Datenbank. Deswegen brauchen wir hier Docker Compose. Wir sagen hier, es gibt eine Abhängigkeit zu DB. Das ist dieses DB hier. Der Name muss übereinstimmen. Und damit sagen wir quasi hier, das ist bitteschön deine Datenbank. Darauf darfst du was machen. Das kommt später hier wieder, wenn wir sagen, in der Environment unter DB, Doppelpunkt 3306. Also unter diesem Container DB, den wir hier eingebunden haben. Mit dem Port 3306, das ist der Port, den wir hier freigegeben haben. Darauf kann man zugreifen. Okay. Gut, dann sagen wir hier noch, okay, wir möchten gerne den Port 8080 verwenden für das, was in WordPress Port 80 ist. Hier könnt ihr machen, was ihr wollt im Endeffekt. Wenn ihr tatsächlich nur WordPress laufen lasst, dann würde ich euch hier Port 80 empfehlen. Das lassen wir jetzt auch mal so. Dann hier auch die Restart-Option wieder. Und natürlich müsst ihr angeben, wie ihr euch auf der Datenbank anmeldet. Mit dem User, das muss derselbe sein. Und mit dem Passwort, das muss auch dasselbe sein wie hier. Ja, und dann könnt ihr noch sagen, ich hätte ganz gerne Dinge von meiner normalen Platte eingebunden. Also das ist die Minus-V-Option des ganzen, des normalen Startvorgangs. Also von sudo-docker-run ist das die Minus-V-Option hier. Das heißt, ihr sagt hier, ich möchte gerne .wordpress.plugins einminden in www.htmlwp-content-plugins. Die Themes möchte ich einminden und die Uploads möchte ich einminden. Das hat den Vorteil, dass ihr dann einfach außerhalb des Containers das Ganze schon mal vorfertigen könnt und diese Dinge automatisch dann hier reingepackt werden. Ja, und dadurch bleiben sie dann natürlich auch persistent. Das heißt, sie bleiben einfach erhalten, selbst wenn ihr das Ganze dann wieder löscht. Also wenn ihr den Container löscht, dieser Ordner hier, dieser .wordpress.plugins-Ordner, der bleibt einfach da. Sprich, dadurch bleibt euch das alles erhalten. Auch die Datenbank bleibt natürlich da. Sehr nützlich, hier übrigens auch Volumes, das ist dieselbe V-Option, wie wir hier haben. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Damit könnt ihr direkt einfach sagen, ich möchte das Ganze starten. Sprich, ihr geht in die Command-Line, in genau diesem Ordner natürlich, und sagt sudo-docker-compose-app-d. Und in eurem Fall werdet ihr höchstwahrscheinlich noch die ganzen Images pullen müssen. Das habe ich hier schon mal vorher gemacht, weil das wirklich lange immer dauert bei mir. Und ja, jetzt läuft das Ganze schon. Und jetzt können wir einfach auf unseren Localhost wechseln. Sprich, wir gehen hier auf Localhost, aktualisieren die Seite und sehen hier, bam, wir können WordPress einrichten. So, wir geben der Seite mal einen Namen. Morpheus-Blog. Username ist natürlich Morpheus mit einem kleinen O, bitte. Passwort, asdf1234, so, very weak, wir wollen das erlauben. Und meine E-Mail-Adresse, 123 at 456, mal gucken, ne, das wird nicht funktionieren, at de.de. So, okay. Und somit haben wir das Ganze schon quasi da. Jetzt können wir tatsächlich WordPress verwenden. Nehmen wir hier einfach sagen, Morpheus loggt sich ein mit dem Passwort asdf1234. Cool. Ja, und hier haben wir dann schon unser Admin-Dashboard. Wir können alles machen, was wir wollen. Und ja, das ist natürlich dann einfach WordPress. Wie gesagt, das ist kein WordPress-Tutorial hier. Das ist nur zum Einrichten von diesen Dingen mit Docker und Docker-Compose, damit das möglichst schnell und möglichst auch völlig problemlos läuft, damit ihr alle Vorteile von Docker habt. Und ja, es geht hier eigentlich nicht um WordPress. Das kommt vielleicht in einem separaten Guide oder in einem separaten Kurs von mir. Falls ihr euch das wünscht, dann sagt mir da bitte Bescheid. Das gilt aber generell für alles. Auch wenn ihr euch Videos für diese Reihe hier wünscht, sagt mir da auch bitte Bescheid. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.